Herzlich willkommen zum letzten Thema in unseren Ergonomieüberlegungen. Wir sind im Bereich Kontext und im Bereich Kontext hatten wir jetzt zuvor über ein dynamisches Umfeld gesprochen, also quasi um den Umgang mit Vielseitigkeiten und Vielfalt. Und jetzt als letztes Thema soll es um Konventionen gehen, also etwas, was nicht so sehr mit der Einzelperson zu tun hat und der Situation, in der sie sich gerade befindet, sondern mit Einflüssen, die von außen darauf zurückkommen. Konventionen sind ja immer etwas, dem man sich irgendwie gewisserweise unterwerfen muss. Man kann manchmal auch Konventionen erstellen, aber das ist so eine schwierige Sache damit. Das werden wir gleich sehen. Aber meistens ist es so, dass es eine Konvention gibt. Und bei der Gestaltung von Software müssen wir darauf achten, dass wir diesen Konventionen nicht zugegenlaufen. Denn Konventionen sorgen natürlich dafür, dass man nicht nachdenken muss. Das kann man jetzt als böse bezeichnen, aber das ist genau das, worum es geht. Es gibt bestimmte Konventionen, ich würde sagen, so konventionalisiert, dass es automatisiert wird in unserem Kopf, in dem Sinne von Automatisierung, dass ich nicht mehr darüber nachdenken muss. Und wenn ich gegen die Konvention laufe, dann habe ich immer so einen Effekt, dass erstmal eine Störung auftritt. Und das ist natürlich immer erzwungene Sequentialität, wenn ich diese Störung habe. Und deswegen gilt es, sich Konventionen hinzugeben und an Konventionen zu halten. Und damit wollen wir uns nun beschäftigen und fangen mal an mit dem Problem der Erwartungen. Und ich habe hier was aufgeschrieben und ich bin mir sicher, ihr seid genau der gleichen Meinung. Lesen wir mal vor. Und ich bin sicher, ihr seid genau der gleichen Meinung. Ich lese mal vor. Ein Programm, das sich den Erwartungen des Nutzers entsprechend verhält, ist ein für diesen Nutzer angenehmes Programm. Ein unerwartetes Programmverhalten ist eine Störung im Arbeitsablauf und von daher erzwungene Sequentialität. Ja, stimmt, oder? Würdet ihr das anders sagen? Stimmt, oder? Ja, nur das Problem ist, was soll ich damit anfangen? Das stimmt natürlich, ist trivial, aber es ist überhaupt nicht handlungsleitend. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Denn was soll ich denn da jetzt machen? Soll ich jetzt immer den Erwartungen des Nutzers entsprechend gestalten? Ja, das könnte man daraus ableiten. Nur, woher kenne ich denn die Erwartungen des Nutzers? Und soll ich das auch machen, wenn die Erwartungen des Nutzers falsch sind? Wenn die erwiesenermaßen falsch sind? Es gibt ja so Grauzonen. Es gibt ja Sachen, die sind richtig und es gibt Sachen, die sind auf erwiesenermaßen falsch. Also wirklich Unsinn. Und es gibt irgendwas dazwischen. Und die Erwartung könnte ja, naja, auf der falschen Seite liegen. Auch bei dem Bereich dazwischen wäre ich mir jetzt gar nicht so sehr sicher, ob das so ist. Und wie kriege ich es hin, wenn ich verschiedenste Erwartungen habe? Verschiedenste Leute haben doch verschiedene Erwartungen. Wir haben da ja über Heterogenität und Anpassbarkeit schon gesprochen. Und das passt ja dann nicht zu der Sache mit den Erwartungen. Deswegen geht das auch nicht so und verlangt das auch kaum ein Mann zu. Wenn man in die ISO 9241 hineinguckt und guckt da in die ältere Version hinein, dann steht da tatsächlich was von den Erwartungen der Nutzer. Also im Teil 10 steht Erwartungen der Nutzer. Als man das zu 110 umgebaut hat, hat man da die Erkenntnis wohl gehabt, dass das so nicht geht. Und jetzt steht da, und das ist viel besser, ein Dialog ist erwartungskonform, wenn er den aus dem Nutzungskontext heraus vorhersehbaren Benutzerbelangen sowie allgemein anerkannten Konventionen entspricht. So, was machen wir jetzt damit? Wie sieht es aus mit den aus dem Nutzungskontext heraus vorhersehbaren Benutzerbelangen? Das ist schön, aber nicht unser Inhalt. Wir kümmern uns ja um die Ergonomie und ich habe am Anfang ja die Unterscheidung gemacht. Die Ergonomie ist der Teil, der nicht jetzt konkret am Kontext hängt. Das aus dem Nutzungskontext heraus vorhersehbaren Benutzerbelangen ist Aufgabenangemessenheit. Und in dem Bereich sollte man diese Untersuchungen natürlich machen. Sie sind dann auch sehr wichtig für eine Software, dass man das macht. Es bleibt also für uns über, dass sie den allgemein anerkannten Konventionen entsprechen muss, die Software. Und um diesen Teil wollen wir uns jetzt auch kümmern, um die allgemein anerkannten Konventionen oder mal allgemein gesagt um Konventionen. Jetzt haben wir diese Konventionen und zu denen müssen wir konform sein. Das nennen wir dann gleich Konformität. Aber Konformität zu Konventionen, das bedeutet ja, wir müssen uns an irgendwelche Regelwerke halten. Wir hatten doch schon interne Konsistenz vorher im Bereich Orientierung. Wo ist denn da der Unterschied? Ja, das gibt einen Unterschied. Und zwar ist es der mit dem internen und mit dem externen. Man könnte zu Konformität auch externe Konsistenz sagen. Machen wir aber hier nicht, weil wir das ein bisschen kompliziert finden, das so in intern und extern zu unterteilen. Also interne Konsistenz, wie wir es ja auch genannt hatten, bezieht sich auf die Software, die wir gestalten. Und dass wir innerhalb dieser Gestaltung immer ein vertrautes Territorium zu finden. Also keine Unterschiede einbauen, die keine Unterschiede machen. Wenn dann würden wir immer was Unvertrautes einbauen. Bei Konformität hingegen ist es andersherum. Hier steht es, Konformität bedeutet, durch das Einhalten von etablierten Konventionen den Lernaufwand bei der Erschließung und Bedienung der Software zu minimieren. Das heißt, wir haben etwas, was von außen kommt. Es sind schon etablierte Konventionen, die hier mit reinkommen. Was bedeutet das für die Gestaltung? Da können wir einen positiven und einen negativen Teil festmachen. Der positive Teil ist, schaut euch bestehende Konventionen an und haltet euch an diese bestehenden Konventionen. Das ist die positive Formulierung. Und die negative Formulierung, also macht nicht, da gucken wir uns Fehler an. Typische Fehler, die einer aufgabenkonformen Gestaltung immer entgegenstehen. Das heißt, über diesen kleinen Kniff kriegen wir diese aufgabenkonforme Sache da aus dem Nutzungskontext ableitbar auch noch da rein. Es gibt nämlich bestimmte Dinge, die wir als Softwareentwickler gerne mal machen, die eigentlich nie aufgabenkonform sind. Es sei denn, wir erzeugen eine Software für Softwareentwickler oder wir erzeugen eine Software für Systemadministratoren. Das mag eine Ausnahme sein, aber das ist ja in den wenigsten Fällen der Fall. Und deswegen lohnt es sich, hierauf einmal gesondert Bezug zu nehmen. Konformität hat immer was mit Regeln zu tun. Also wenn ich konform bin, dann muss ich das zu einem gewissen Regelwerk sein oder einer Systematik muss ich konform sein. Und solche Systematiken helfen mir, dass ich mich in der Umgebung zurechtfinde. Denn ich muss dann weniger denken. Nur, damit eine solche Systematik funktioniert, muss es zwei Bedingungen erfüllen. Nicht beide gleichzeitig, sondern eine von beiden reicht immer. Entweder muss man die Systematik erkennen können an dem, was man sieht, oder die Systematik muss bekannt sein. Und das sind dann die etablierten Konventionen. Wenn ich also was Bekanntes habe, dann habe ich den Vorteil, ich muss es nicht mehr sehen, sondern ich weiß es ja schon und kann dann relativ schnell einfach mir das erschließen, dadurch, dass ich das Bekannte hinzufüge, den gemeinsamen Kontext hinzufüge. Und ich möchte euch hier mal an zwei Beispielen zeigen, dass das reine Vorhandensein von solchen Regeln nicht reicht, wirklich unterstützend zu sein. Und das eine sind Raumbezeichnungen an der Universität Paderborn oder beziehungsweise Gebäudebezeichnungen an der Universität Paderborn. Und das andere ist hier auf der rechten Seite dieser Fahrstuhl, der merkwürdig anmutet. Denn schaut euch das mal an, nach welcher Reihenfolge sind da wohl die Knöpfe angeordnet. Und jetzt nicht die unteren beiden, sondern die oberen. Eins, zwei, U0. Was ist das für eine Reihenfolge? Ergibt diese Reihenfolge irgendwie einen Sinn? Scheint da eine Systematik hinterzustecken? Komisch, oder? Und Gebäude an der Uni Paderborn, das ist jetzt vor allen Dingen wahrscheinlich für die von euch interessant, die auch an der Uni Paderborn sind, die sind auch eigenartig. Aber ich nehme mal an, dass viele Universitäten dieses Problem haben. Also schon mal alleine diese Raumnummern. Und was bedeuten diese Raumnummern? F1, 428. Wir haben immer am Anfang einen Buchstaben. Das ist der Buchstabe, der das Gebäude angibt. Also F und H sind Gebäude. Und das untere ist dann gleich mal noch eine Ausnahme. So, was ist die, das ist die Zahl dahinter? Das ist immer die Etage. Das hat jeder verstanden. Das hat man sehr schnell raus. F1 ist F in der ersten Etage und H6 ist H in der sechsten Etage. Ja, nur das Problem ist, man geht nicht überall auf der gleichen Etage in die Gebäude hinein. Denn das Universitätsgelände ist so ein bisschen hügelig. Und dadurch ist es so, dass man an einigen Gebäuden in zwei hineingeht, in einigen null, in anderen in eins. Das heißt, das ist normiert. Das heißt, wenn man auf einem Einserflur von einem Gebäude ins andere geht, dann bleibt man auch im Einserflur. Das ist schon mal schwierig genug. Das muss man erst mal verstanden haben. Ist nicht so ganz einfach. Ja, und dann kommt so eine längere Nummer und das ist natürlich die Raumnummer. Und wie erklärt die sich? Auch die ist ganz kompliziert. Die erste Ziffer ist quasi die Ausrichtung in Himmelsrichtungen. Das heißt, wenn man einen Gang hat und der Gang macht einen Knick, dann ändert sich die Hunderterziffer. Und im F-Gebäude bei uns, das ist ja die Fürstenallee, die ist ja woanders, da sind das einfach vier Seiten des Gebäudes. Und dann gibt es noch 500, das sind innenliegende Räume. Okay. Und dann haben wir eine Zahl und diese Zahl orientiert sich an den Fenstern. Das heißt, wenn man ein Fenster, ein Gebäude hat, wo drei Fenster drin sind, beziehungsweise es sind ja immer so Unterteilungen an der Uni, sowohl an der Uni als auch an der Fürstenallee. und das sind drei so Teile, dann ist der nächste Raum drei weiter. Was hat das für Vorteile? Man kann relativ einfach Räume zwischenfügen auf diese Art und Weise. Das ist nämlich gar kein Problem, wenn ich jetzt nämlich eine Zwischenwand einfüge und mache irgendwo anders noch eine Tür hin, dann brauche ich die anderen Räume nicht zu ändern in ihrer Nummerierung, weil ich nämlich außen diese Fenster ja nicht ändere. Das ist der Vorteil daran. Aber es ist natürlich schwierig, das nachzuvollziehen. Warum kommt es zu diesen Sprüngen? Und warum kommt es zu dem Sprung, wenn man um eine Ecke geht oder wenn man an einer anderen Front des Gebäudes ist? Sehr schwer zu verstehen. Und das P-Gebäude, das gibt es ja gar nicht. Es gibt ja nur die P-Gebäude, das seht ihr da ja. Und da ist dann also P1 bis P, wie viel haben wir denn? Sieben. Da ist dann P1 schon das Gebäude. Dann kommt Punkt drei. Das ist dann die Etage. Und dann haben wir da auch noch Zwischenflure. Die sind durchnummeriert. Und innerhalb der Zwischenflure haben wir dann Raumnummern. Das ist richtig, richtig kompliziert. Das versteht kein Mensch. Wie sieht es denn aus mit den Gebäuden selber? Wir machen jetzt mal eine kleine Uni-Paderborn-Tour an dieser Stelle. Aber ich finde es irgendwie ganz interessant, um mal zu sehen, dass es hier eine Regel gibt. Aber die Regel kennt keiner. Und selbst wenn man sie kennt, hilft sie einem nicht. Das ist schon schön. Hier seht ihr einen Plan der ganzen Universitätsgebäude. Und seht auch überall diese Buchstaben. Und jetzt ist es ja schon komisch. Also wenn ich im C-Gebäude bin und möchte ins L-Gebäude, dann kann ich von C durch D durch E durch N durch L. Was ist das wohl für eine Logik? Wie hängt das zusammen? Geht das? Hat das überhaupt eine Logik? Ja, hat es. Und zwar konzentrische Kreise. Schaut euch das mal an. Wir haben hier innen einen Kreis. Da gibt es A, B, C, D. Und dann gibt es einen Kreis weiter außen. Da haben wir das Gebäude E. Das Gebäude F gibt es nicht. Das heißt, das gibt es schon. Aber das steht gar nicht am Campus. Das ist woanders. Habe ich ja eben schon gesagt. An der Fürstenallee. E, G. Dann kommt unten H. I gibt es da nicht. J, K. Okay. Weiter eins nach außen. Da haben wir oben L. M-Gebäude gibt es nicht. Kann man auch nicht mehr bauen. Passt ja nicht dahin. N, O. Dann kommen die P-Gebäude. Unten ist Q. Ja, und weiter geht es da nicht. Und dann gibt es sogar außenrum noch einen Kreis. Nur, das Ganze funktioniert zwar so. Nur, es ist ein bisschen inkonsequent umgesetzt. Und, naja, hilft einem nicht. Wir korrigieren das mal erst mal. Schauen wir mal. A, B, C, D. Das funktioniert ja gut. Gut, dann gibt es E. Dann müsste eigentlich da oben das F-Gebäude sein. Dann kommt G, H. Die Bibliothek, die da ist, die müsste eigentlich das I-Gebäude sein. Dann kommt J, K. Dann gehen wir eins weiter. Gut, dass da oben das Gebäude L heißt, ist ungeschickt. Das hätte man besser M genannt. L müsste hier so dazwischen sein. Und dann kommt oben M, N, O, P. Dann haben wir unten Q und das I-Gebäude, wo hier noch geplant steht. Das gibt es ja mittlerweile. Das hätte eigentlich R heißen müssen. Dann wäre die Logik, die dahinter steht, konsequent umgesetzt. Nur, hilft einem das? Nein. Weil, wenn man auf dem Universitätsgelände unterwegs ist, dann hilft einem diese ganze Systematik überhaupt nicht. Denn man hat ja diese Aufsicht nicht. Und das hilft einem wirklich nicht. Es ist eine Systematik, die man mal angelegt hat, die eigentlich keinen wirklichen Nutzen hat. Das andere Beispiel möchte ich euch auch noch erzählen. Nämlich hier der Fahrstuhl. Auch den gibt es an der Uni Paderborn. Aber solche Fahrstühle gibt es echt viele. Und man erkennt nicht die Systematik bei 1, 2, U, 0. Die Systematik ist dann wichtig, wenn man noch mehr als zwei Stockwerke hat. Und was ihr da auf der linken Seite seht, da seht ihr ja gerade und ungerade getrennt. Das heißt, links habe ich lauter ungerade Nummern und rechts habe ich lauter gerade Nummern. Warum macht man das? Na, wenn ich das nicht machen würde und würde die einfach in einer Reihe untereinander machen, dann wäre die Reihe sehr lang im Zweifelsfalle bei manchen Gebäuden. Das heißt, ich müsste mich entweder immer bücken oder recken, um da dran zu kommen. Und weil ich das nicht will, mache ich das in zwei Reihen und mache immer gerade und ungerade. Dann habe ich halt 5, 3, 1 und 6, 4, 2. Und dann macht man da die Null der Vollständigkeit halber auch noch mit dazu. Und dann bleibt das U auf der anderen Seite über. Wenn ich aber diese oberen Teile nicht habe, dann erschließt sich das nicht, weil ich mir nicht erschließen kann, dass das eine gerade und das andere ungerade Zahlen sind. Weil es ja immer nur zwei gibt, auf die das zutrifft. Oder eine eigentlich nur in jeder Spalte. Denn die Null ist ja keine gerade Zahl, ist ja nicht so definiert. Und U ist auch keine ungerade Zahl. Und so bekannt ist das nicht, dass man das so macht, in gerade und ungerade, dass das dann helfen würde. Das heißt, das Halten an diese Systematik hilft hier gar nicht, irritiert mehr. Ein anderer wichtiger Aspekt noch der Vorrede für die Konventionen, den ich gerne machen möchte, ist, neue Konventionen schaffen, beziehungsweise erkennen, dass alte Konventionen schlecht sind. Das gibt es oft, dass man erkennt, dass eine gewisse Konvention schlecht ist, beziehungsweise nicht mehr zeitgemäß ist, oder dass ihr ursprünglicher Grund verloren gegangen ist. Und das schönste Beispiel, was ich dazu kenne, ist das der Schreibmaschine. Schaut euch mal dieses Design, diese Aufteilung der Buchstaben auf der Schreibmaschine hier an. Das ist eine Darstellung von 1868. Und ihr erkennt unsere heutige Aufteilung der Buchstaben auf der Schreibmaschine. Zumindest so leidlich. Es gibt ein paar Unterschiede. Zum Beispiel hat diese Schreibmaschine keine Null. Da hat man gesagt, da kann man ja auch das O für nehmen. Es ging ja nur tatsächlich darum, wie es aussehen sollte. Und da hat man das halt so gelöst. Aber so grundsätzlich QWERTY und ASDF und sowas, das kennen wir heute noch. Diese QWERTY-Tastatur wurde entwickelt 1868 und ab 1874 von Remington so umgesetzt in seinen Schreibmaschinen. Warum ist diese Aufteilung so? Warum ist es erstmal so komisch versetzt? Wieso sind die Sachen nicht einfach so untereinander, die entsprechenden Tasten? Es handelt sich um Typenschreibmaschinen. Typenschreibmaschinen bedeutet, ich habe eine Taste und unten ist ein Hebel dran. Und dieser Hebel sorgt dafür, dass vorne ein anderer Hebel, nämlich mit einer Type dran, also einem kleinen Stempel, wenn man so will, gegen ein Farbband schlägt und damit dann auf das Papier druckt. Das ist die Funktionsweise einer Typenschreibmaschine. Also etwas sehr Mechanisches. Jetzt überlegen wir uns mal mechanisch. Ich muss von jeder Taste also so einen Hebel nach vorne schieben, nach vorne führen. Und damit ich das machen kann, dürfen die sich natürlich nicht in die Quere kommen. Und das könnte ich jetzt machen, indem ich den einen so weit laufen lasse, den nächsten lasse ich weiter nach unten gehen. Das ist aber kompliziert. Einfacher ist es, ich versetze die Tasten auf den Reihen einfach, sodass die zwischeneinander durchlaufen können. Und genau das wurde hier gemacht. Deswegen haben wir schon mal diese schräge Anordnung da drin, sodass sich die Hebel, die man da sieht, nicht in die Quere kommen. Dann, ja, wieso ist denn die Anordnung der Buchstaben so komisch? Wir haben doch alle das Alphabet gelernt. Wieso steht da nicht A, B, C, D, E, F, G und so weiter drauf? Ja, auch das hat seine Gründe. Und es gibt Teile, da ist das Alphabet sogar ein bisschen drin zu erkennen. Schaut mal in der zweiten Zeile in der Mitte. F, G, H, J, K, L, M. Da ist ja irgendwie das Alphabet drin. Das I fehlt. Warum ist die Aufteilung so? Die Aufteilung ist hier so, dass wenn man schnell tippt, dass sich dann die Typen dieser Schreibmaschine nicht berühren. Denn wenn man schnell tippt, kann es passieren, dass so eine Type noch auf dem Weg zurück ist oder man tippt vielleicht etwas unsauber und drückt zwei Typen gleichzeitig nach oben, dann verhaken die sich. Und das ist umso wahrscheinlicher, je näher die so aneinander liegen. Und deswegen ist man hingegangen und hat die so weit umsortiert, dass man möglichst immer abwechselnd tippt und dass es nicht passiert, dass diese Typen sich berühren. Und deswegen gibt es diese komische Anordnung hier. Und deswegen ist die auch anders in verschiedenen Ländern. Also, dass das Y und das Z vertauscht ist zum Beispiel, hängt damit zusammen, dass das Y im Englischen natürlich sehr häufig vorkommt und im Deutschen fast überhaupt nicht. Deswegen hat man da eine Vertauschung gemacht. Und wenn man eine französische Tastatur anguckt, da sieht das nochmal anders aus. Da fängt die erste Zeile an mit A, Z, E, R, T, also eine Asert-Tastatur, sagt man da ja dazu. Da hat man also wiederum eine andere Ordnung gemacht. Wichtig ist, diese Begründung, die hat heute überhaupt gar keine Bewandtnis mehr. Man müsste das heute nicht mehr so machen, denn wir haben ja keine Hebel hier unten drunter und wir müssen auch nicht darauf achten, dass hier keine Typen sich verklemmen. Man könnte andere gute Gründe finden, um es hinzubekommen, da eine vielleicht Tastatur zu machen, mit der man vielleicht schneller tippen kann oder die einfacher zu erlernen ist. Beides wären doch vernünftige Gründe, um etwas mal anders zu machen, um von dieser Konvention abzuweichen. Das hat man versucht, mehrfach sogar. Also es gibt zum Beispiel dieses Vorrag Simplified Keyboard, das gibt es auch in deutscher Variante oder ein Neo 2.0 Keyboard, jetzt in der deutschen Version hier unten. Und da seht ihr, da sind ganz andere Reihenfolgen der Buchstaben drauf und diese Reihenfolgen sind da drauf, damit das Tippen schnell geht. Also wenn man das erlernt hat, diese Art zu tippen, dann kann man da drauf schneller tippen. Da gibt es so Untersuchungen, dass man zum Beispiel so rollen kann. Darauf ist das optimiert für viele Buchstaben. Oder auch, dass dieses Hin und Her besser funktioniert, sodass man schneller ist damit. Das kann man untersuchen und das hat man gemacht und hat dann festgestellt, also wer das lernt, der ist mit diesen Tastaturen schneller dran. Ist aber sehr stark von der Sprache abhängig. Ich habe also immer eine Tastatur, die für eine Sprache besonders gut optimiert ist. Auch eine ABCDEFG-Tastatur wurde gemacht. Hier seht ihr zum Beispiel oben, das ist ein Minitel, ein Endgerät, was man ab den 80er Jahren in Frankreich kaufen konnte, um an die Telefonleitung angeschlossen, da sowas wie Vorgänger von Webseiten aufzurufen. Sah ein bisschen ähnlich aus wie heutiger Videotext, wenn ihr das vielleicht noch manchmal nutzt. Also solche Darstellungen, aber dann interaktiv über die Telefonleitung. Das war in Frankreich sehr, sehr beliebt. In Deutschland gab es das auch. Hieß dort BTX für Bildschirmtext, aber war bei weitem nicht so beliebt, was auch damit zusammenhängt, dass es diese schönen Geräte nicht gab. Die wurden nämlich von der Post, von der französischen Post ausgeliefert und die konnte man anstelle eines Telefonbuchs nehmen. Und das haben viele Leute gemacht. Aber genug der Computergeschichte an dieser Stelle wieder. Ich komme immer wieder in die Computergeschichte. Aber schaut mal, die Tastatur A, B, C, D, E, F, G, H, I, J und so weiter und so fort. Das fanden die Leute schrecklich, denn die waren die Asert-Tastatur gewöhnt. Denn es gab Schreibmaschinen mit Asert-Tastatur. Es hatten Leute Computer mit Asert-Tastatur. Das heißt, sie wollten diese Tastatur dann da auch wieder haben, denn das kannten sie schon. Und das ist auch das Argument gegen die anderen beiden. Es kennen viele Leute ja schon die Quertz-Tastatur und Querti-Tastatur. Das heißt, darauf können viele Leute tippen. Es gibt Schulen darüber, tippen lernen für diese Tastaturen. Und dadurch ist das weit verbreitet. Und die Leute verdienen natürlich auch Geld damit. Und es gibt Tipps und Tricks damit, wie man mit solchen Tastaturen gut umgehen kann. Und naja, ist es dann wirklich den Aufwand wert, eine neue Tastatur zu lernen, damit man hinterher ganz wenige Prozent schneller ist, denn so viel ist das auch nicht, und dafür so viel Aufwand zu spendieren, das umzulernen? Lohnt sich das? Und da sagt die Realität quasi, nö, lohnt sich nicht. Denn wir kommen mit dem, was da ist, gut zurecht. Das heißt, eine Konvention zu übergehen, gegen eine Konvention vorzugehen und eine eigene neue zu etablieren, ist ganz, ganz schwer. Man muss schon sehr gute Gründe haben, damit es den Aufwand an dieser Stelle rechtfertigt. Das ist auch wieder interessant, wenn wir sagen, wir machen eine Gestaltung und die ist gegen die Konventionen. Wann ist das okay? Wann ist das nicht okay? Und wenn der Aufwand dann groß wird, dann ist die Tendenz, dass es nicht okay ist, sehr hoch. Und das erzähle ich euch ab dem nächsten Video, denn da geht es dann tatsächlich um unsere Forderung nach Konformität.